Zerstöre Equipment auf Entführern oder auf Alien-Plattformen. Ihr wisst ja, in jeder Runde kommen Alien-Plattformen aus dem Mutterschiff raus, die halt über benannte Orte fliegen, zum Beispiel in Believer Beach, Slurpy Swamp, Lazy Lake, können überall diese Entführer oder diese Alien-Plattformen fliegen und nach einigen Sekunden entführen sie halt einige Spieler, die nah genug beim Entführer sind oder zu dieser Alien-Plattform. Und ja, ihr müsst auf jeden Fall auf diesen Alien-Plattformen hingehen und dort gibt es ja Equipment, ich weiß nicht, sowas ähnliches wie Satelliten. Wenn ihr drauf seid, werdet ihr das schon erkennen. Also es gibt nichts anderes außer Equipment und halt diese Alien-Plattformen selber. Es gibt, glaube ich, noch einige Waffen, die ihr aufsammeln könnt, aber wenn ihr dort seid, werdet ihr das erkennen und außerdem habe ich im Thumbnail auch gezeigt, wie dieses Equipment aussieht und insgesamt müsst ihr dreimal Equipment, nein, nicht dreimal, sondern insgesamt, ja doch dreimal Equipment zerstören auf einer Alien-Plattform oder auf Alien-Plattform, falls ihr es nicht in einer Runde schafft. Ansonsten, Freunde, mega leichte Aufgabe. Bis zum nächsten Mal und ciao.